Einmal von Tess Tishtrey, Erwin Kippert, ist früher, sagt der Rebbe, bei Karpores. Und er sagt, und sie mening ist, aber sagt, Bnei Odem, bis wo wir schauen, drei Mal. Und jede Mal dreht nur um drei Mal. Sachakel dreht nur um neun Mal. Aber bis auf Tess Tishtrey sollten nicht zentachten. Und ich weiß nicht, Maukes, was betut war, Minche, ist seit dem Mauken und seit dem Nilke, beide sagen, wir rachen drei Mal. Das kann es dem Minik. Aber interessant, bei der Rebbe ist Madgisch, das ist eine Hakel dreht nur um neun Mal. Bei Suisdor ist ein spezieller B, ich kann Tess kommen. Ich kann sie sagen, Ich kann sie sagen, Das heißt, Das ist die Meinung von Mitzvah, der Heber von Tshuven in der Tat ist, die Kabola al-Habba, Aziv und Sachet. Amikan al-Habba, wird in Nishton d'Aveda. Auch die Charotah ist die Einheit der Kabola. Die Kabola al-Habba, die Aziv und Sachet, die Zain, richtig mit einem Nemes, das ist die Charotah, von Ovar, ist das die Kabola al-Habba, der Ziv und Sachet, mit einem Nemes. Es kommt zu Hause, als Jom Kippur, wo das ist die Eker, Kheber von Mitzvah, ist die Eker, Aved und Kabola al-Habba, das Ziv und Sachet, die Ziv und Sachet, die Ziv und Sachet. Erb Jom Kippur ist die Achone, das ist das Mann, für Charotahler.